Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. So gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer heisst die Schlampe? Sie heisst Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Ja, aber kann ich dir jetzt später anrufen. Wie meinst du jetzt das? Was? Du bist schwanger. Ja und heute ist es. Oh mein Gott. Ja ich gratuliere. Oh mein Gott. Kann ich dir trotzdem später anrufen? Du bist ja helfbar. Ja, ok. Dann bis später. Tschüss. Maiko. Sovente Kassner. Liebe. Ciao. So war das nicht gemeint. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich. du bist gemeinsamer oder nicht. Ich queue entscheidende kilmer. Das ist ein yes ausz Hills. Und das ist mein erster strik 160,